Ich glaube, ich bin in diesen zwei Jahren auch in den Depressionsphasen, die ich auch mit mir ganz neu hatte, ganz neu gewachsen. Ja, im Endeffekt habe ich trotzdem genau den Fehler gemacht, den ich eigentlich vermeiden wollte. Wenn man das alles weiß, warum führt man denn heute den Online-Shop immer noch mit dem Namen Raubfischreaktor? Nur den Online-Shop, den kann man ja Angel X, Y und Erkneinen. Ich möchte nicht erreichen, dass ich irgendwie Mitleid erzeuge oder so, sondern dass du einfach auch vielleicht aus meinen Fehlern lernen kannst, dass man als junger Mensch vielleicht dann doch noch mal nachhaken sollte oder vielleicht doch auf Freunde hören sollte. Tag Leute, hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Episode von Angebissen. Heute tatsächlich mal etwas ganz anders. Und zwar quasi so eine Art Reaktionsepisode zu einer, die es vor mittlerweile drei Wochen gab, nämlich Episode 81 mit Max von Raubfischreaktor. Ich bin Erik, mir gegenüber sitzt Frieder und wir sind in Fürstenwalde. Wir sind in Fürstenwalde. Wir sind aufgrund der Schlechtwettersituation in Berlin und Brandenburg, wisst ihr ja, es jagt gerade ein Orkantief das nächste. Wir sind mal ausnahmsweise nicht draußen, sondern wir sind auf einem Hinterhof in Fürstenwalde. Es ist zwar trotzdem kalt, aber den Sturm haben wir draußen gelassen. Paul König hat uns eingeladen und darum geht es heute im Prinzip auch. Wir haben festgestellt, beziehungsweise wir haben uns auch umgehört, was hat es mit Raubfischreaktor wirklich auf sich. Und die Geschichte, die wir bisher über Raubfischreaktor veröffentlicht haben, die ist so nicht vollständig, Erik. Und deswegen sind wir heute hier bei Paul. Denn was haben wir vor? Ja, wir wollen uns natürlich gerne die andere Seite mal anhören. Das, was Paul ihm dazu zu sagen hat. Aber erstmal müssen wir ihn natürlich erstmal begrüßen. Hallo Paul. Hey, herzlich willkommen. Schön, dass ihr beide hier seid. Freut mich wirklich sehr, dass ich jetzt von euch hier die Chance nochmal im Nachhinein geboten bekommen habe. Ja, zu mir kurz. Ich bin Paul. Wer mich vielleicht noch nicht kennt. Ich habe vor zwei Jahren einen YouTube-Kanal gehabt und bin quer durch Deutschland gereist und habe eigentlich jede Woche Sonntag ein Video hochgeladen. Das kam sehr, sehr gut an. Ja, das ist erstmal die kurzen Randinformationen zu mir. Okay, also vielen lieben Dank erstmal dafür. Wir wollen allerdings ein paar Sachen vorher noch sagen, weil man muss sagen, dass die Reaktionen auf diese Episode 81 und dieses Thema Raubfischreaktor extrem waren. Und was uns wichtig ist zu sagen, ist, dass wir nie beabsichtigt haben, dieses Thema eigentlich nochmal hoch zu kochen, sondern unsere Idee war, wir treffen uns mit Max, weil wir ihn spannend finden und interessant und wir wissen natürlich, dass es Raubfischreaktor gibt, aber es war für uns ein Nebenschauplatz, weil wir natürlich gesagt haben, der Typ ist für uns interessant und er hat auch gesagt, und klar, da sind wir auch ehrlich, im Winter Hechte angeln, das geht mit ihm gut, da hat er Bock drauf und deswegen haben wir gesagt, cool, dann lass uns doch mal was zusammen machen. Ja, dass wir das vielleicht ein bisschen unterschätzt haben, die Causa Raubfischreaktor, ja, das merkt er ja, deswegen sitzen wir jetzt hier. Und genau deswegen haben wir uns eben gesagt, okay, wir wollten nicht anderer Leute dreckige Wäsche waschen, aber die Geschichte ist nicht zu Ende erzählt bei uns und deswegen geben wir eben auch Paul die Chance, seine Geschichte zu erzählen, was Raubfischreaktor anbelangt, aber merkt euch bitte Leute, wir sind weder die Bild-Zeitung, noch können wir eine objektive Wahrheit zutage fördern und außerdem ist es was sehr Emotionales, was wir zwar erzählen können, aber es geht uns eigentlich nichts an, deswegen freut es mich trotzdem umso mehr, dass wir mit Paul drüber reden können. Paul, was ich nochmal gerne wissen wollen würde von dir, du bist 24 Jahre alt, kommst aus Fürstenwalde, Erik und ich sind zum ersten Mal bewusst in Fürstenwalde, ich bin glaube ich vorher nur einmal durchgefahren, was uns aufgefallen ist zu deinem Heimatort, das ist ja ein wunderbarer Angelplatz hier. Das stimmt tatsächlich, ich glaube auch nur dadurch bin ich mit zum Angeln gekommen, dadurch, dass die Gegebenheiten hier so gut sind, ja, es ist unnormal, wie viele Seen und Flüsse vor allen Dingen es hier gibt, ja, es ist wirklich ein schönes Angelparadies hier. Um das aufzulösen, das ist die alte Spree, wird sie auch genannt? Ganz normal, die alte Spree gibt es hier und die ganz normale Spree, also es gibt zwei Hälften, in denen es unterteilt wird quasi. Ja, dann gibt es aber auch den Trebuser See, einer meiner Lieblingsseen, den Schamütze See. Das klingt alles wunderbar und ich erzähle das deswegen, weil eigentlich hatten wir uns ja vor, uns an der alten Spree zu treffen mit dir, weil, wieso hattest du das vorgeschlagen als Treffpunkt und auch als Aufnahmeort ursprünglich? Genau, wir treffen uns ja jetzt hier auf dem Hinterhof, weil schlechtes Wetter ist und zwar hatte ich eigentlich als ersten Treffpunkt einen ganz besonderen Punkt für mich ausgewählt, denn dort hatte ich mein erstes YouTube-Video aufgenommen damals. Ja, als es dann wirklich richtig losging, gab es dort nur für mich diesen Ort, dort mein erstes YouTube-Video aufzunehmen und ja, ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut aufgenommen worden, dieses Video, der Platz dann dort, hat auch publik gemacht, also wurde ziemlich publik dadurch und ich habe auch ziemlich viele neue Angler kennengelernt dann an diesem Ort, die dann auch gesagt haben, pass auf, ich habe dein Video gesehen und wollte mir den Platz hier unbedingt mal anschauen und ja, ich glaube, deswegen war für mich so dieser Ort, an dem ich mich treffen wollte, so dieser Kern, wo eigentlich alles angefangen hat und ja, ich ja jetzt ja euch die Story dazu erzählen möchte, wie und warum, jetzt auch nicht mehr. Ja, ja und ich dachte mir, der Punkt oder dieser Ort wäre dafür ja eigentlich ideal gemacht, jetzt hier leider machen wir das Beste draus. Manchmal ist ja auch ganz gut, ein bisschen Abstand zu haben, also das ist dann vielleicht auch nicht so schlecht. Lass uns mal ein bisschen anfangen, bevor wir sozusagen vielleicht komplett in die Historie zurückgehen, würde ich gerne, weil das natürlich auch das ist, was vielen unter den Nägeln brennt, über das reden, was sozusagen der Knackpunkt ist, nämlich die, ja Geschichte rund um Raubfischreaktor, beziehungsweise ja dann irgendwie auch der Split zwischen Max und dir und überhaupt. Und ich würde, bevor wir sozusagen uns das anhören, was du dazu zu sagen hast, damit es sozusagen nicht alle nochmal nachhören müssen, sondern jetzt hier gleich haben, haben wir nochmal das zusammengestellt, ganz kurz das, was Max dazu gesagt hat, das würde ich mir gerne nochmal anhören. Da, wo ich Schnitte gesetzt habe, da hört ihr das auch, da hört ihr unser kleines Püpp-Püpp und genau, das hören wir uns einfach nochmal zusammen an. Du hast es gerade schon angesprochen, Raubfischreaktor. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit, wie kam es dazu, weil es ja jetzt nicht so üblich, dass ein 18-Jähriger zum Beispiel so einen eigenen Online-Shop hat. Nein, natürlich nicht. Üblich ist es natürlich nicht. Es hat angefangen 2019, da haben wir mit einem YouTuber einen Online-Shop gegründet und haben uns 2018 schon zusammengesetzt, was können wir machen und haben so ein bisschen die Pläne besprochen, so was wir machen können und haben natürlich auch eine Marke gegründet, um uns mit der Marke abzusichern und haben dann eigene Merge rausgebracht. Erst nur, weiß ich nicht noch, drei, vier Routen im Online-Shop gehabt, drei, vier Gummiköder und genau, das hat sich halt dann alles so ein bisschen aufgebaut. Dann gab es so ein paar Komplikationen und genau, dann sind dann doch ein bisschen die Wege auseinandergegangen, hat halt alles nicht mehr so harmoniert und dann haben wir halt aber trotzdem weitergemacht und ja, so hat sich das alles weiter aufgebaut. Wir sind weiter am Ball geblieben. Du hast es jetzt gerade gesagt, ich versuche es so ein bisschen zu verstehen, also Raubfischreaktor ist sozusagen einfach erstmal wie so eine Art Team-Marke gewesen und das hat sich dann quasi entwickelt mit dem Shop, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es war aber nicht von vornherein so geplant, oder? Naja, also wir haben ja wie gesagt mit einem YouTuber zusammengearbeitet und der hatte diesen Namen halt schon davor und dann hat man sich halt kennengelernt und dann hat man halt geschaut, was macht man zusammen und wie geht man vor. Dann haben wir dann auch eine eigene Marke gegründet, das ist die Marke Rare, von der ja auch unsere Klamotten sind, unsere T-Shirts, unsere T-Shirts und unsere Pullis und dann hat es halt alles so seinen Lauf genommen. Okay, also du hast es gerade schon angesprochen, Paul heißt er, der YouTuber und es gab ja durchaus große Zerwürfnisse, die auch glaube ich, zumindest hier in Berlin und Brandenburg die Leute ein bisschen mitbekommen haben, was dann eben um Raubfischreaktor sich dreht. Ja, kannst du darüber noch irgendwas sagen? Ja, natürlich. Also wie gesagt, wir haben damals zusammen angefangen, haben uns dann nach einer gewissen Zeit getrennt, weil es halt nicht mehr funktioniert hatte. Ja, wurde halt dann natürlich viel geredet, weil nicht so viele Seiten halt bekannt waren oder was halt überhaupt gelaufen ist. Ja, also wir machen auf jeden Fall weiter und natürlich, es war eine coole Zeit, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich hat man viel gelernt. Ich bin für die Zeit auch sehr dankbar und ja, genau. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Ja, geht seine, wir gehen unsere. Und am Ende sieht man halt, wie halt den richtigen Weg gegangen ist oder was man halt dann am Ende macht. Und genau. Okay, das nochmal zur Rekapitulation. Das macht dich auf jeden Fall anscheinend oder ist sehr anstrengend für dich, das zu hören, wenn ich das richtig sehe oder eben so merke. Was daran, ja, provoziert dich? Also warum hast du auch so emotional darauf reagiert? Gut, also erstmal vorweg, für alle, die jetzt hier den Podcast nicht nur hören, sondern auch sehen und auch sehen, dass ich hier am Zittern bin. Mir geht es damit einfach wirklich nicht gut. Hier ist es nicht kalt drin oder so. Mir geht es einfach damit wirklich nicht so gut. Ich versuche das hier auch gerade unter Kontrolle zu kriegen. Ich denke, es gibt so einen Knackpunkt und wenn ich über den hinweg bin, den ich erzählt habe, dann kann ich mich auch wieder ein bisschen entspannen. Okay. Aber jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was mich an den Aussagen von Max da provoziert ist. Ich finde es sehr, sehr schade, dass er mich nicht namentlich erwähnt hat, sondern immer nur YouTuber gesagt hat. Und das ist so die erste Sache, die mich wahrscheinlich nicht provoziert hat, sondern eher verletzt hat. Diese Aussage, wir hätten zusammen angefangen, ist eine sehr, sehr starke Aussage. Ja, das sind so die Grundfakten, die mich jetzt erstmal von all dem Ganzen provozieren, von der Aussage dahinter, dass er gesagt hat, also ich bin seit zwei Jahren nicht mehr bei Raubfisch, ragt er offiziell. Ja, und dass er dann gesagt hat, seit zwei Jahren hätte der Shop sich drastisch verändert, das ist faktisch richtig, hat er sich. Und jetzt kann man im Endeffekt sehen, als Konsument oder auch ich als Betreiber damals, wie man, wie sich das entwickelt hat, ob zum Positiven oder zum Negativen. Aus meinem Punkt eher zum Negativen, das ist natürlich aber nur meine Sicht. Denn ich hatte da mit Raubfischlackter und auch gerade mit Raubfischlackter dem Online-Shop, da gerade wirklich eine Vision dahinter. Ich wollte nicht, ohne da irgendwelche Marken jetzt zu droppen, Name XY-Marke drin haben, so wie jeder andere Angelshop, sondern ich wollte ganz explizit Marken und Sachen drin haben, die man eventuell nur bei mir bekommt und nur in dem Shop. Daraufhin wollte ich das Ganze auferbauen. Und wenn man sich jetzt einfach den Online-Shop anguckt, dann tut es mir leid, sieht es einfach aus wie jeder andere Shop einfach aus. Und die Kernaussage dahinter ist die Profession. Ja, okay, das verstehen wir vollkommen. Das ist sozusagen deine Sicht der Dinge auf das. Du sagst jetzt, es gibt so diesen einen Punkt, wenn du den überwunden hast, dann geht es dir wieder besser. Wir wollen dich natürlich jetzt auch nicht ewig quälen. Vielleicht lass uns mal im Kern darüber sprechen, was ist das, was dich sozusagen am meisten anfasst? Dazu habe ich mir ein paar Stichpunkte gemacht. Ich glaube, es bringt nicht viel. Ich werde einfach drauf loserzählen, um dass die Leute auch einfach mal verstehen, was Raubfisch-Charakter, es gab ja damals, als ich bekannt gegeben habe, ich bin nicht mehr bei Raubfisch-Charakter, da gab es viele Kommentare von, ey, mach weiter, Scheiß auf den Namen und so. Such dir neue Namen und warum nicht einfach neue Namen? Tausende Namen, tausende Sachen davon gelesen und ich konnte nie erklären, wie und warum. Und ich deswegen danke für diese Chance jetzt hier und deswegen ist das im Endeffekt auch so provozierend, weil es gibt eine Handvoll Menschen, die diese Geschichte, die ich jetzt hier öffentlich zum allerersten Mal auch erzähle und ich mir vor zwei Jahren dafür auch schon Gedanken gemacht habe, ob ich das überhaupt schon jemals erzähle und ich damals aus Marketing und technischen Gründen das nicht gemacht habe und mir das jetzt aber einfach egal ist, also ich es einfach für mich psychisch muss. Ja, es gibt, wie gesagt, eine Handvoll Menschen, die es nur wissen und unter anderem zählen dazu Thomas, das ist der Geschäftsführer von Raubfisch-Reaktor, sprich Max, sein Vater und Max und wie gesagt, ein paar andere Leute noch. Ich habe, um es einfach mal kurz und knackig zu erzählen, nicht so eine ganz tolle Jugend gehabt, die ich mir aber auch meinen Weg selber gewählt mit habe. Also den Weg habe ich, glaube ich, selber gewählt, da ich komme aus einem sehr, sehr, sehr guten Elternhaus. Meine Eltern haben immer wieder versucht, mich irgendwie aufzufangen. Ich bin in eine private Schule gegangen und alles. Sie haben wirklich immer und immer wieder alles versucht, mich auf den geraden Weg zu kriegen. Leider ohne Erfolg. Ich war ein ziemlich rebellischer, unerzogener, kleiner, 13-, 14-jähriger Junge. Und so hat sich das dann halt alles relativ schnell zum Negativen entwickelt. Und ich habe den Respekt gegenüber meinen Eltern verloren und so hat sich das einfach alles schnell entwickelt. Und ich bin dann in den falschen Freundeskreis gerutscht und der Freundeskreis bestand halt damals leider aus Drogen und Kriminalität. Und für mich waren meine Eltern dann auch irgendwann nicht mehr meine Eltern, sondern für mich gab es dann nur noch die Familie auf der Straße. Und das hört sich jetzt wahrscheinlich nicht über das Gangster an, aber es war halt einfach dementsprechend so und ich würde das auch nicht übertreiben. Ja, habe in diesen zwei, drei, vier Jahren, als ich 13 war, hat das alles angefangen. Dann ging das drei, vier Jahre wirklich exzessiv. Und in dieser Zeit habe ich damals auch jemanden kennengelernt, mit dem ich durch dick und dünn gegangen bin. Ich bin damals ins Heim gekommen, weil ich halt einfach überhaupt gar keinen Respekt mehr gegenüber meinen Eltern hatte. Und ich habe damals jemanden in meinem Heim kennengelernt, mit dem ich wirklich durch dick und dünn gegangen bin. Alles gut, Paul. Wenn du die Zeit haben möchtest, nimm sie dir. Danke. Von demjenigen, viele haben das wahrscheinlich in dem Video schon öfter mal gesehen, diese Kette trage ich schon seit über zehn Jahren, elf Jahre trage ich sie mit mir. Und damals hat mein bester Freund mir den Spitznamen Atom gegeben, weil ich einfach ein Würfelwind war. Ich war ein Quirliger. Und ich hatte immer ein Ziel. Und der hat mich einfach Atom genannt. Und ich hieß nicht mehr Paul, ich hieß nicht Paco, ich hieß einfach Atom. Ja, und meine Zeit im Kinderheim, sage ich mal, wurde dann halt immer exzessiver. Ich hatte keinen Respekt mehr gegenüber meinen Eltern. Und so bin ich dann halt auch in Kriminalität gerutscht und irgendwann dann halt auch freiwillig oder notgedrungen in Drogentherapie gegangen. Und da war ich damals 16, gerade 17, zum 17 werden. Das habe ich auch für mich freiwillig gesagt, weil ich gesagt habe, ey, das ist jetzt dieser Knackpunkt. Ich habe damals meinen besten Freund an Drogen verloren. Und ich war live dabei, als er gestorben ist. Und das war für mich wirklich einer der schlimmsten und tragenden Erlebnisse in meinem Leben. Und ich habe für mich und ich habe ihm einfach versprochen, ich will aus dem scheiß Teufelskreis raus. Ich will da einfach raus. Ja, und ich habe, egal wie, dann habe ich es einfach oft einfach auch nicht geschafft, muss man einfach ganz ehrlich dazu sagen. Also erst als ich 14 war, ist er verschorben. Also das ist jetzt schon ewig lang her. Das ist schon zehn Jahre her. Mittlerweile ist das immer noch sehr emotional, aber emotional aus der Hinsicht, weil ich ihm damals versprochen habe, es wirklich zu schaffen. Und auch, wenn man sich nur darauf merkt, dass er mir damals den Namen Atom gegeben hat, ich dann in die Drogentherapie gekommen bin und auch extrem viel gemalt habe und Sachen, die mich interessiert haben, einfach auf einem Blatt Papier aufgeschrieben habe. Und irgendwann stand halt mein Name Atom und Angeln und Hechtangeln und Raubfisch, Friedfisch, das stand alles so auf einem Blatt Papier. Und irgendwann habe ich einfach Raubfisch und Atomreaktor stand da drunter. Das habe ich einfach so untereinander gelesen und dann habe ich Raubfischreaktor, das stand so durch den Zufall einfach übereinander. Und da habe ich auf einmal in der Therapie wieder ein Ziel gehabt, so für mich. Und habe gesagt, ey, pass auf, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich irgendwie irgendwas, woran ich mich auch wirklich festhalten kann. Und ich habe das Gefühl gehabt, zu dem Zeitpunkt, dass ich dieses Versprechen einhalten kann. Habe dann in der Therapie auch wirklich Mut und auch Selbstdisziplin gefasst. Ich war selbst zwei Jahre dort. Es war eine geschlossene Therapie. Also es war nichts mit viel mit rauskommen. Dieses Rauskommen musste man sich damals auch erarbeiten. Das habe ich mir dann damals auch erarbeitet. Und dann dort fing eigentlich Raubfischreaktor an. Denn als ich die ersten Wochenenden, das war nach anderthalb Jahren, dass ich dann zum ersten Mal raus durfte. Und dann haben mich auch meine Eltern, in dieser Zeit habe ich natürlich auch wieder einen besseren Kontakt therapeutisch zu meinen Eltern auch gepflegt. Und da bin ich auch ziemlich dankbar an meine Eltern, dass sie mich auch dann jedes Wochenende dort besucht haben. Also ich glaube, ohne den regelmäßigen Besuch von meinen Eltern hätte ich es damals auch nicht geschafft. Einfach nur für die Unterstützung halber. Und ja, dann habe ich die Therapie für mich einfach durchgezogen. Habe dann dort in der Therapie auch nochmal einen Schulabschluss nachgeholt. Hat einfach nur für die neunte Klasse gereicht. Aber es war aber damals einfach so viel und einfach alles ist auf einen eingestürzt sozusagen. Ich musste mich erstmal mit meinen ganzen Aggressionen, hatte damals ein extrem starkes Aggressionsproblem, dieses Eindrogenproblem. Dann auch die ganze Kriminalität, die dann einen einfach auch noch einholt. Und die Sachen, die man ja dann auch in der Zeit einfach erlebt hat. Und war eine sehr, sehr prägende Zeit, diese Therapiezeit für mich. Und ja, da bin ich dann auch, wie gesagt, irgendwann habe ich mir erarbeitet, dass ich dann am Wochenende raus durfte. Und da gab es dann für mich eigentlich nur eine Sache. Ich habe zu meinen Eltern damals gesagt, die haben mich gefragt, hey, pass auf, du darfst jetzt hier nächste Woche, das erste Wochenende raus, was wir zu machen. Ich will angeln. Ich will angeln. Ich will ja ans Wehr. Und ich bin damals ans Wehr da, wo wir uns heute eigentlich hätten getroffen. Und ich habe auch ein Foto, das kann ich euch gerne mal im Nachhinein senden. Da bin ich noch mit einem Hemd. Ich bin damals sehr viel mit einem Hemd getragen, in meiner Therapiezeit. Bin ich am Hemd am Wehr gewesen und habe einen großen, riesengroßen, glaube ich, sagen wir es, 41, 41er Barsch gefangen. Und der ist damals auch in die Angelwoche gekommen, heißt die Zeitung. Habe ich das einfach da hingeschickt, bin da auch reingekommen, war mega stolz. Und so hat das eigentlich, glaube ich, alles angefangen. So diese erste Resonanz davon zu bekommen, ey, da postet jemand mein Fisch so in der Zeitung. War man schon stolz. Und zu dem Zeitpunkt, oder drei, vier Wochen später, glaube ich, habe ich dann das erste Mal einen YouTube-Kanal aufgemacht, der hieß Raubfischreaktor. Raubfischreaktor, alles zusammengeschrieben, alles, glaube ich, ganz groß. Also, alles in Caps. Ja, da gab es dann auch nur ein Video, das geht fünf Minuten, glaube ich. Und das ist nur ein Beat, der da durchläuft und irgendwie auf ein Beat geschnitten, auch ganz, ganz schlecht. Aber so hat das eigentlich für mich die Vision einfach damals angefangen, dass ich gesagt habe, ey, Raubfischreaktor, daran möchte ich festhalten. Das ist jetzt mein Ziel. Egal, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, Online-Job, da war noch nichts. Irgendwie Raubfischreaktor. Das hat so, das ist es. Und das musste unbedingt YouTube sein, YouTube-Kanal? Du musstest... Ich wusste noch nichts, ich zu dem Zeitpunkt Raubfischreaktor. Ich wusste, ich will irgendwas mit Angeln machen und ich will das damit schaffen, weil das hat mir schon immer Spaß gemacht. Angeln war schon immer ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil in meinem Leben, auch in der Drogenzeit leider. Habe ich auch sehr viel auf Drogen geangelt, muss man auch einfach, die Geschichte halt so zu sagen, ja, es war halt irgendwie ein ganz wichtiger Bestandteil. Immer angeln, trotz alledem. Also egal, wie viel Negativität da mit drin war, angeln war eigentlich immer das, was mir dann doch immer den Halt gegeben hat. Und deswegen Raubfischreaktor war für mich irgendwie so, auch in diesem Zettel, ich habe diesen Zettel auch noch irgendwo. Aber ich will dich jetzt nicht abwürgen, aber im Prinzip, du hast es jetzt damit erklärt, dass im Prinzip das Raubfischreaktor-Ding, also nicht nur das Wort, sondern auch diese ganze Entstehungsgeschichte bei dir, dass dir das neuen Halt im Leben gegeben hat und dass daran eben auch, sage ich mal, eine persönliche Bindung geknüpft ist, die es nicht mehr gibt aufgrund der Natur. Aber dass es für dich halt halt wirklich sehr emotional ist, dass du da verdammt nah dran bist und wie wir es jetzt auch mitbekommen haben, ist dich sehr, sehr stark berührt und dementsprechend dann auch deine Reaktion beziehungsweise, wenn man so will, ist es ja dein neues Leben gewesen, Raubfischreaktor, dadurch, dass du dich aus dem alten Leben verabschieden konntest. Genau. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du Max kennengelernt hast? Ja, kann ich dir sofort beantworten und zwar war meine Community, glaube ich, so auf zweieinhalb tausend Abonnenten und es ist immer mehr gewachsen und dann habe ich damals, ja, man muss die Geschichte, also um die Frage zu beantworten, müsste man eigentlich noch ein bisschen zurückrudern, aber um erstmal nur die Frage zu beantworten, Max hat mich damals angeschrieben, auch über Instagram, hat gesagt, hey, du pass auf, ich komme aus Erkner, ich habe ein Boot, hast du Bock, mit mir einfach mal angeln zu gehen. Und so war das eigentlich. Ich glaube, das war irgendwie zwei, drei Tage von meinem Geburtstag damals und dann sind wir das erste Mal ohne Kamera angeln gegangen, quasi eigentlich nur mit Handy-Stories und so und dann haben wir geangelt und das war eigentlich ein sehr, sehr cooles Miteinander auch gleich von Anfang an und damals halt auch noch auf diesem kleinen roten Holzboot, diesen Anker, den er da im Gespräch auch benannt hatte. Genau, so hat das eigentlich alles angefangen. Und als wir uns dann gemerkt haben, dass wir uns halt wirklich gut verstehen miteinander, hat sich das dann, glaube ich, einfach so entwickelt. Das war jetzt nicht so von wegen, hey, wir machen jetzt YouTube-Videos zusammen oder so, sondern ich habe Max das erste Mal mitgenommen und habe gesagt, hey, du pass auf, ihm war ja auch klar, dass ich halt YouTube-Videos mache, deswegen hat er mich auch eingeladen quasi und beim ersten Mal haben wir gesagt, kein Video gedreht und ich glaube beim zweiten oder dritten Mal habe ich die Kamera auch mit rausgeholt und wir haben auch immer gut gefangen, muss man auch dazu sagen. Und für mich war Erkner ein komplett neues Angelparadies quasi. Habe ich noch nie gefischt. War was Neues, war richtig cool. Es war direkt Katzensprung. Ich bin mit dem Zug zehn Minuten gefahren. Es war entspannt. Von welchem Zeitraum reden wir denn, damit man das so ein bisschen einordnen kann? Wann habt ihr euch kennengelernt? Wann war das? 2018, 2019? Ne, es war auf jeden Fall schon 2018. Ja, den genauen Zeitpunkt dadurch, dass Max, ich habe mich auch schon noch ein bisschen recherchiert gehabt, um auch wirklich die Wahrheit zu sprechen. Da habe ich geguckt gehabt, wann Max mich angeschrieben hat, aber Max hat das Profil gewechselt und das Profil gibt es nicht mehr und deswegen kann ich es nicht ganz genau sagen. das ist ja jetzt nicht so wichtig. 2018 können wir festhalten. Ich denke aber relativ am Anfang. Lass uns mal Januar, Februar gehen. Ich denke so Januar, Februar müsste es krumm gewesen sein, dass wir uns dann gekriegt haben. Okay, hat dich angeschrieben, weil wir kennen ja auch viele Raubfisch-Reaktor-Videos, da bist ja mehr oder weniger du die Hauptrolle, weil als YouTuber, du sprichst ja direkt deine Community an. Ab und zu sieht man ja auch Max, der dabei ist, aber das im Prinzip, er hat dich entdeckt, dass es da einen YouTube-Kanal gibt, Raubfisch-Reaktor, also im Prinzip der klassische Weg, lass mal zusammen angeln gehen und da hat sich dann zwischen euch eine Angelfreundschaft entwickelt, aus der mehr geworden ist. Genau. Also ich habe es auch noch mal nachgeguckt, zumindest das, was man eben noch sieht. Auf deinem YouTube-Kanal 2018, 2019 machst du sehr regelmäßig Videos und dann gibt es halt diesen Punkt, es muss im November 2019 gewesen sein, wo das eben vorbei ist. Da will ich noch nicht gleich hin, sondern was ich erstmal wissen will, weil es ja auch keiner weiß, wann passiert dieser Schritt, dass man sagt, aus diesem YouTube-Kanal wird jetzt mehr oder man überlegt, da mehr rauszumachen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, es gab irgendwann den Zeitpunkt, da kann Max und ich uns glaube, schon knapp ein Jahr fast, also wirklich mindestens ein Dreivierteljahr und dann hieß es irgendwann, wir fahren mal zu einer Angelmesse und da kommt der Vater mit, weil wir waren ja weiter noch Stippis, also unter 18, oder ich war schon 18, aber ich habe trotzdem keinen Führerschein gehabt und dann hieß es, der Papa fährt uns mit zur Messe und so habe ich halt auch den Papa kennengelernt und er hat mich halt auch, ich habe seinen Sohn halt auch immer wieder mit den YouTube-Videos genommen und er hat ja auch gesehen, dass es angenommen wird und auch erfolgreich wird und dann habe ich mich irgendwann mal mit dem Vater, also auf dieser Autofahrt mit dem Vater unterhalten, also Thomas und dann ist eigentlich relativ schnell klar gewesen, dass mir, sage ich mal, und das hat er mir auch so vermittelt, da auf jeden Fall noch mehr Potenzial steckt und auch hinter der Idee mit raufgeschreckt er und ja, Thomas ist Geschäftsführer oder selbstständig, schon seit, ich glaube, seitdem er denken kann, ich will da jetzt noch nichts Falsches sagen, aber mir ist es so, dass er schon seitdem er denken kann, glaube ich, selbstständig ist und hat auch, seine Frau ist auch selbstständig, hat einen Friseurladen in Erkner selbst auch, also sie sind beide selbstständig und hat mir dann halt auch damals angeboten, du pass auf, ich habe hier dementsprechend eine Lagerhalle, eine riesengroße, die gehört komplett mir und du könntest hier deinen Online-Job aufbauen, also du könntest hier diesen Raum haben, du könntest auch die Halle haben, wenn es irgendwann größer wird, ja, wir hätten auch das Geld dementsprechend dafür, dann hat er mich gefragt, du pass auf, das war damals aber eher so, gequatsche, gejoke so, was bräuchte ich denn da für den Online-Job, dann hatte ich ihn eine Summe genannt und irgendwie zwei, drei Wochen später kam er dann auf mich zu und sagte, okay, wir machen es. So und ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 20, war auf der Jobsuche, um nochmal darauf zurückzukommen, dann nochmal gleich, war schon immer ewig auf der Jobsuche, hab auch mich eigentlich immer nur mit Jobs über Wasser gehalten irgendwie, war zwischendurch auch beim Sozialamt, um das für mir überhaupt meine Miete, weil ich schon seit 18 bin, seitdem ich 18 bin, auch schon in meiner eigenen Wohnung wohne, ja, es muss ja auch alles weiterhin laufen, die Fixkosten und deswegen war ich eigentlich auch immer gebunden oder war auch immer auf der Suche nach einem Job und zum allerersten Mal war Raubstark denn nicht nur noch die Idee auf dem Blatt Papier, sondern der YouTube-Kanal, der ja schon bereits bestand und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon 5000 Abonnenten hatte und ja, dann auf einmal war dieses Ziel oder da wirklich noch mehr zu erreichen und nicht nur ein leeres Versprechen zu geben damals, sondern wirklich auch ein Versprechen, was man wirklich halten kann und das war ein ganz besonderer Moment für mich, ich kann es gar nicht beschreiben, wie ich mich in diesem Moment gefühlt habe, ohne, also ich weiß, das ist nicht so dieses, ich bin abgehoben und alle arrogant so. Stolz vielleicht? Ja, ich kann es nicht beschreiben, es war wirklich ein unglaubliches Gefühl auf einmal und ich kann mich aber auch noch daran erinnern und ich kann jetzt im Nachhinein nur sagen, hätte ich auf diese Person gehört. Es gab so zwei Personen, die gesagt haben oder die das alles mit einem sehr, sehr, sehr kritischen Auge beobachtet haben und gesagt haben, du pass auf, du bist mein Freund, mach das nicht, mach das nicht, da wird ein Haken dran sein. Und ich habe damals diesenjenigen böse Wörter an den Kopf geschmissen, wirklich böse, böse, böse Wörter an den Kopf geschmissen. Es tut mir leid, wirklich, ja, war damals, also wie gesagt, da war einfach die Lebenserfahrung zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt nicht gegeben für mich so, für mich war einfach nur klar, der Mann erfüllt mir meinen Traum, ich kann jetzt mit dem Geld, das er mir zur Verfügung stellt, machen, was ich möchte, quasi für den Shop. Aber Paul, dass wir das richtig verstehen, wir können uns das vorstellen. Du hast jetzt erzählt, Online-Shop ist möglich, er stellt dir das zur Verfügung, du kriegst das finanziert, das heißt, dass man dir das irgendwie vertraglich irgendwie fixieren und regeln muss, weil wir wissen alle, wenn Geld im Spiel ist, muss es irgendwie so ablaufen, dass falls Umbruch kommt, dass Geld woanders gebraucht wird, dass man da vertragliche Absicherung hat. Kannst du das erzählen? Weil das wissen wir ja auch nicht und das kann sich ja bei jeder vorstellen, genau, dass man natürlich nicht einfach, ich nenne es einfach mal Betrag x, 5.000 Euro einfach gibt, um möglichen Online-Shop aufzubauen, ohne daran zu denken, dass es auch ein Risiko verbunden ist, gerade wenn ich lange schon berufstätig bin beziehungsweise selbstständig, da habe ich ja nicht einfach mal eben 5.000 Euro übrig. Ja, vollkommen richtig. Und dann wahrscheinlich auch, würde dir nicht irgendjemand einfach 5.000 Euro geben, wenn man nicht vielleicht sogar noch die Expertise dazu hat, denn, das muss ich dazu auch noch sagen, ich habe damals, als ich aus meiner Therapie gekommen bin, das ist ganz kurz, bin ich dann leider auch nochmal abgerutscht, auch nochmal mit Drogen und meine Mutter hat mir damals eine Bewerbung in die Hand gedrückt bei Global Fishing und das ist ein Online-Shop von Angel Joe und ich weiß noch, dass sie mir so ein braunes Kovir in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hier, komm mal rein. So, und ich war zu dem Zeitpunkt leider wieder rückfällig geworden und habe dann einfach nur irgendwann, glaube ich auch irgendwann, nicht gleich sofort, irgendwann am Abend dieses Kovir aufgemacht und habe reingeguckt und habe erst so ein Bewerbungsschreiben gelesen und im Nachhinein, also Rückseite quasi, ja, Herr sehr geehrter König, wir würden Sie morgen gerne bei uns im Global Fishing begrüßen. Auf einmal hat sich dann doch schlagartig wieder mein Leben geändert, dann meine Ausbildung, die ich nach meiner Therapie gemacht habe, ich habe ja meinen Schulabschluss gehackt geholt, um die Geschichte dann nochmal zu Ende zu erzählen, habe meine Therapie, meine Schulabschluss gehackt geholt und bin dann aus Therapie in die Ausbildung quasi gegangen, die habe ich dann aber zu dem, nach einem halben Jahr Probe, kurz vor der Probezeit verloren und nur deswegen bin ich quasi nochmal rückwärmlich geworden, weil mir dann einfach sämtlicher Halt wieder in meinem Leben gefehlt hat und dann kam halt meine Mutter mit dem Bewerbungsschreiben und der Zusage zu dem Bewerbungsschreiben gleich dazu und so hat sich das damals entwickelt. Ich bin nächsten Morgen zum Global Fishing nach Weißensee, nach Berlin gefahren, habe dort Felix kennengelernt und Joe, also Joe, sage ich schon Jonas, das ist der Geschäftsführer von Angel Joe und ja, Felix hat mir die Chance dafür gegeben, und ich bin Felix auch ultra dankbar dafür, dass er mir die Chance damals gegeben hat, denn ich glaube, er hat auch damals mitgekriegt, dass mein Leben bis zu dem Zeitpunkt nicht ganz so gerade gelaufen ist und ja, Felix hat mir die Chance dort gegeben und ich habe mich auch sehr gut integriert dort, habe Pakete gepackt und habe den ganzen Ablauf da mitgekriegt, irgendwann neue Sachen auch bestellen können, weil ich dann halt die Erfahrung dafür hatte, genau, und nach anderthalb Jahren bei Angel Joe, sprich bei Global Fishing, habe ich dann auch durch den Fahrtweg und ich glaube, dann waren damals irgendwelche mit Amt und irgendwelchen Maßnahmen, war ja auch noch ein junger Kerl und nur arbeiten ging nicht, musste eine Ausbildung machen, da hat das Amt, also war ziemlich viel Schwierigkeiten und dann habe ich mir eigentlich immer wieder gesagt, okay, eine Ausbildung fällt für mich eigentlich flach, ich würde arbeiten gehen, ich muss meine Wohnung finanzieren, ich kann mir keine Ausbildung leisten in dem Sinne so und deswegen eigentlich immer direkt arbeiten gegangen und von Global Fishing dann zu pinnen, das ist so ein Fahrradler, also so ein Fahrradpost, ein Zusteller, genau, habe ich glaube ich anderthalb Jahre auch gemacht und dann bin ich erst zu Angeln und YouTube wieder gekommen. Warte mal, ganz kurz, warum war das dann bei Angel Joe vorbei nach anderthalb Jahren, das war nicht so richtig klar? Da gab es irgendwie so ein, ich musste so ein Einstiegsqualifikationsjahr machen, das ist vom Amt, was ich erzählt hatte, dass es da so Komplikationen gab und ich hätte quasi 40 Stunden arbeiten müssen, also für das gleiche Geld. Okay. Also ich hatte damals glaube ich 650 Euro, glaube ich, war das, so ein Teilzeitjob und ich hätte aber für 40 Stunden vom Amt, das war jetzt nicht von Angel Joe, dass ich gesagt habe, hey Angel Joe, wir ziehen dir jetzt hier für das gleiche Geld doppelte Stunden drauf, sondern es war halt so ein Einstiegsjahr vom Amt direkt und das sollte ich da machen und dann habe ich gesagt, nee, du pass auf, also ich habe auch in Tränen da gesessen und damals bei Angel Joe gekündigt, da habe ich gesagt, ey du pass auf, es geht nicht mehr, ich kann hier nicht für das gleiche Geld arbeiten, ich muss meine Wohnung finanzieren. Und es war damals, das weiß ich, ich habe damals bei Glaube Fishing in Tränen da gesessen und habe auch da ganz doll geweint, weil das für mich ja meine Chance war, die ich damals dann geboten bekommen habe. Ähm, ja. Okay, gut. Soweit ist es erstmal zu verstehen, dann kommt sozusagen das Angebot, die Möglichkeit, dass man, oder dass ihr quasi diesen Online-Shop macht, dann setzt ihr diesen Vertrag auf. Du hast gesagt, du hast jetzt sozusagen auch zwischendrin nochmal Rückfälle gehabt und so, aber zu dem Zeitpunkt ist erstmal alles gut und, äh. Genau, also das muss ich dir dann gleich vorweg sagen, seitdem ich dann bei Glaube Fishing gearbeitet habe, war ich dann auch wieder clean. Ich hatte dann wieder einen Halt, es war wirklich zu dem Zeitpunkt, ich habe meine Ausbildung verloren, ich glaube, meine Freundin damals zu dem Zeitpunkt, also es war wieder alles in Richtung Chaos und, ähm, ja, seitdem ich dann bei Glaube Fishing angefangen habe, seitdem bin ich dann auch wieder clean. Mhm. Gewesen. Oder bin seitdem clean. Ähm, und jetzt nochmal auf den Vertrag und auf deine Frage zurückzukommen, dass ich, äh, zu dem Zeitpunkt, weiß, dass ich beim Hartz-IV-Amt war, also ich habe Hartz-IV-bezogen zu dem Zeitpunkt und, ähm, also zu dem Zeitpunkt, dass, als Thomas mir das angeboten hat, quasi, und, äh, dann hieß es, ich muss erstmal irgendwie einen Arbeitsvertrag vorlegen bei dem Arbeitsamt, äh, 650 Euro wurden da auch nicht, äh, 450 Euro hatten wir erst gemacht, aber 450 Euro wurden nicht reichen, es müsste ein Teilzeitjob sein, quasi versicherungsflüchtig. Ähm, ja, und, äh, und Thomas und ich hatten uns wortlich, wörtlich drauf, also, mit einem Gespräch drauf geeinigt, pass auf, 25.06. äh, ist das Release-Datum von dem Online-Shop, also heute der Shop online geht, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Januar, Februar, habe ich angefangen, äh, hatte mir damals immer jemanden als IT-Experte reingezogen, den kannte ich privat, persönlich, äh, der mir damals den Online-Shop von Metadart, also über ganzen Sachen, wie man so einen Shop halt auch aufbaut, hat er mir, 50 Prozent, wir haben wirklich beides zusammen gemacht, er hat die ganzen IT-Sachen gemacht, über die ich ja überhaupt gar keine Ahnung hatte, sondern ich wusste, ey, cool, so und so soll das aussehen, habe ich mir das gesagt und dann hat er mir gesagt, ey, cool, in den Text steht, kannst du das alles selber machen, also er hat mir quasi den Grundbaustein von dem Online-Shop aufgebaut, äh, jetzt im Nachhinein mal ganz kurz gesagt, heute gibt es so unnormal viele Shop-Modelle, da hätte man ganz, ganz leicht den Shop aufbauen können. Ich habe das mit JTL, also genauso mit dem gleichen Warenwirtschaftssystem und mit dem gleichen System aufgebaut, wie bei Global Phishing, weil nur das kannte ich und da habe ich mich auch dann selbst sicher geführt, ähm, genau, und jetzt aber auch die Frage wirklich zurückzukommen, warum man dann halt einfach jetzt keine richtigen Verträge gesetzt hat, äh, dass Thomas mir damals gesagt hat, du pass auf, 25.06. äh, ist das Release-Datum von dem Online-Shop und ab da an werden wir uns 51,50 Prozent, äh, 51,49 machen, äh, die 51 auf meiner Seite, die 49 auf seiner Seite und auch nur sein, seinen Mehrwert, den er aus Raupfisch-Reaktor ziehen wollte und warum er mir, und das kann ich dir sagen, es waren mehr als 5.000 Euro, ähm, gegeben hat oder zur Verfügung gestellt hat, äh, war der Grund, dass er gesagt hat, du pass auf, Max ist zu dem Zeitpunkt 15, 16 gewesen, äh, Max macht hier seine Ausbildung und kann also auch in die Richtung eine Ausbildung machen, also er wollte irgendwas Kaufmännisches, für das er quasi Max ohne ihn abwertend dazu klingen lassen, sollte eigentlich die Sekretärin von Raupfisch-Reaktor zu werden und, ähm, das war damals der Deal mit Thomas, quasi, dass wenn Max eine Ausbildung fertig hat, er dann quasi Raupfisch-Reaktor mit den 49 Prozent übernimmt, äh, das war der Mehrwert, ja, so war der Deal und auf diesen Deal habe ich mich gutgläubig und sehr, sehr blind darauf vertraut, dass wir auch am 25.6. diesen Vertrag dann halt auch neu aufsetzen und, ähm, okay, aber ich glaube, wir wechseln gerade was, das heißt, einerseits geht es ja darum, wer Anteile an der Marke Raupfisch-Reaktor hat, du 51 Prozent, also plus eins, 50 plus eins, die Mehrheit und das andere ist ja deine, dein Arbeitsverhältnis, und das war auf 650 Euro Basis, das heißt, du warst Teilzeit angestellt. Ich war Angestellter in Raupfisch-Reaktor, denn nur Thomas, der war ja schon zu dem Zeitpunkt selbstständig und der hat mir dann halt einfach einen Arbeitsvertrag mit ausgeliefert, das konnte ich, wie sagt man, ich musste zu dem Zeitpunkt beim Arbeitsamt schnell irgendwas vorlegen, was ich überhaupt weitermachen konnte. Dass wir das klar getrennt haben. Genau, 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 also das war halt notgedrungen und mit zu viel Vertrauen darauf, dass wir am 25.6. den Vertrag komplett ändern, jetzt habe ich dem Arbeitsamt erstmal irgendwas vorgelegt, dass die Ruhe geben quasi, ähm, so war erstmal die Sache. Okay, und dann muss ja was passiert sein. Erik? Naja, also meine Frage ist, weil ganz oft, du sagst es auch in deinen Videos, du darfst diesen Namen, also als danach das passiert ist, sagst du, du darfst diesen Namen nicht mehr benutzen. Dir gehört Raupfisch-Reaktor nicht mehr. Warum denn nicht? Also was ist denn da, was ist denn da passiert? Also ihr habt diesen 25.6. Genau, 25.6. war das Eröffnungsdatum von dem Online-Shop und ich weiß noch, 25.6. bumm, das hat eingeschlagen wie eine Bombe und wir sind nächsten Tag, ich hab Pakete gepackt ohne Ende, das hat mich unnormal mit Stolz erfüllt, auch in dieser ganzen Zeit, das auch alles aufzubauen, mit den Firmen sich zu connecten, das hab auch alles ich gemacht und auch diese Markenanmeldung, beide Markenanmeldungen hab ich gemacht und auch ich hab damals Thomas Öl eingetragen als Markenbesitzer, weil ich einfach dumm und naiv war. Einfach, weil ich dumm und naiv war und Thomas gesagt hat, schreib mich mal da rein. Okay, also, ja, und man muss dazu sagen, ich glaube, mir liegen die Papiere jetzt nicht vor, ich hab irgendwo Screenshots, ich bin bei Raubbeschrechter als Co-Vertreter, glaube ich, mit eingetragen, wenn man jetzt aber im Markenregister nachguckt und das einfach recherchiert, bin ich nirgendwo mehr eingetragen und man sieht auch, dass im 21., also letztes Jahr wurde an der Marke nochmal was verändert, das ist nachweislich, kann man sehen, was verändert worden ist, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, ich will da jetzt nicht sagen, dass sie meinen Namen da rausgenommen haben aus Raubbeschrechter, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damals, egal bei beiden Marken, Raubbeschrechter und Wear, und Wear bezieht sich aus Raubbeschrechter, das sind die ersten zwei Anfangsbuchstaben von Raubbeschrechter und Wear ergibt auf Englisch das Wort selten und genau das war mein Ziel. Das war eure Klamottenmarke, ne? Ja, genau, damit hatte ich auch eigentlich noch mehr vor, genau, Wear sollte einfach selten, damit wollte ich mich abheben, das war genau das Ding. Aber Paul, unsere Frage ist, was ist passiert, verstehst du? Was ist bei euch passiert, weil das klingt ja, so wie du das erzählst, klingt das ja eigentlich wie ein wunderbares Märchen, was da letztendlich entstanden ist, also um das jetzt mal als Kurzgeschichte zu machen, der Junge, entschuldige den Ausdruck aus der Gosse, mit einer schweren Kindheit, der es schon ein-, zweimal verbockt hat, hat wirklich seine Chance, will diese Chance nutzen und es sieht alles wunderbar aus und Erik und ich fragen uns halt, was ist denn, also was ist denn da passiert, weil wir beide glauben schon, dass es auch von der anderen Seite aus erst mal alles cool war, also irgendwas muss sich da ja entwickelt haben, dass diese Schritte stattgefunden haben, dass wir jetzt halt hier sitzen und du zitternd über Raubfischreaktor redest und eben auch diese emotionalen Reaktionen. Vollkommen richtig, ich habe zu dem Zeitpunkt damals ja, als es öffentlich ging, mit dem Online-Shop verschiedene Teamangler gehabt, aus verschiedensten Regionen, unter anderem aus Leipzig, da war der Lenny und auch der Jan zum Beispiel, aus Dortmund, Mike, Devin aus Magdeburg, Thorsten, der kam hier auch aus Berlin, Thorsten Trockner, genau, und Hamburg auch, glaube ich, Petri, Dennis, genau, Dennis, genau, also da waren etliche Leute mit dabei, die so das Team gebildet haben und jeder hatte so im Team seine Aufgaben und als es dann damals halt auch öffentlich ging, mit dem Online-Shop, habe ich dann halt auch an den Teamer nicht nur andere Aufgaben gesetzt, wie zum Beispiel, hey, poste mal jetzt mit dem Käppi und mit dem Wobbler, dass der Online-Shop online ist, sondern wir schreiben jetzt hier auch mal Blogbeiträge und wir machen jetzt hier YouTube-Videos zusammen, habe da mit jeder einbezogen und auch immer gefragt, ey, du pass auf, was kannst du für das Team mitwirken, was hast du Bock, auf was hast du Bock, zeitlich, du bist arbeiten, jeder hat ja so seins auch noch mit zu tun, also ist ja nicht nur jeder Vollzeitangler und Blutangler wie ich gewesen zu dem Zeitpunkt, ja, und habe dann halt auch den Leuten die verschiedensten Aufgaben gegeben und ich weiß, dass Jan, Lenny und auch Max für die Aufgaben der Blogbeiträge zuständig waren, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich hasse Schreiben, also ich habe mich da ganz, ganz fein rausgeredet, ich war Chef, also ich war Chef, habe gesagt, ich schreibe keine Blogbeiträge, ich mache alles andere, das macht ihr und der Knackpunkt war, dass das so, was mich wirklich im Nachhinein auch wirklich sauer macht und sehr, sehr provozierend war. Irgendwann hat man gemerkt und die Art und Weise ging, also ging mir über, von Max aus, hat sich ganz stark geändert, denn mein Vater ist dein Geschäftspartner, ich brauche hier nichts machen und die Art und Weise hat er sich nicht nur mir gegenüber verhalten, sondern halt auch dem Team und als es dann hieß, Max, wir warten schon seit drei Wochen oder seit zwei Wochen auf deinen Blogbeitrag, wo ist der denn? Kam halt nicht so die Antwort, aber genau so aus der, mein Vater ist ja, ich brauche das hier alles nicht machen, so. Und als ich ihm dann aber ernsthaft, wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe und da habe ich ihm gesagt, pass auf, Max, du verstehst wahrscheinlich anscheinend nicht, dass wir das, wir sind Freunde und wir werden auch immer Freunde bleiben, aber ich habe hier mit Raubfischreaktor ein Ziel und ich möchte, dass in der Öffentlichkeit das weiterhin verfolgt wird und wenn du da nicht mit festhalten willst, weil du gerade andere Sachen hast, die dich beschäftigen oder oder oder, dann tu das, aber dann nicht mehr im Namen von Raubfischreaktor. Und dann haben wir ihn erst intern rausgeschmissen und das hat er aber gar nicht für ernst genommen, überhaupt gar nicht, hat weiterhin Instagram-Beiträge gepostet und auch mit den Hashtags uns verlinkt und so und dann bin ich in der WhatsApp-Gruppe ein bisschen direkter geworden und habe gesagt, du pass auf, Max, ich weiß nicht, was du hier rein machst, wir haben dir hier gesagt, wenn du keine Blogbeiträge machst, wenn du dich hier nicht mit einbringst, dann bist du nicht mehr Teil von Raubfischreaktor und wenn du jetzt hier aber anscheinend unsere Ansage oder die Durchsage nicht wahrnimmst, dann muss ich das jetzt ja öffentlich machen. Bin dann, oder habe ihm dann noch, glaube ich, nochmal drei, vier Tage Zeit gegeben, diesen Blogbeitrag, um den es ja sich gehandelt hat, nochmal nachzureichen. Hat er dann auch gemacht und das muss ich jetzt sagen, das habe ich mit meinem ehemaligen Teamangler nochmal als Information mir nachgezogen. Ich selbst wüsste das jetzt selbst nicht, sonst würde ich hier was Falsches erzählen. Also ich habe mir beim Devin, ich habe bei Jan und Lenny, ich habe bei allen nochmal nachgefragt, die sollten mir ihre Sicht schildern, wie sie das damals wahrgenommen haben und aus all denen würde ich jetzt auch sagen, wenn es anders gewesen wäre, würde ich es so sagen, ich bin nicht hier jetzt, um irgendwas zu lügen, hat Max einfach diesen Blogbeitrag nicht nachgereicht, also er hat den nachgereicht, aber er war so unnummern schlecht und auch wirklich halbherzig, dass ich gesagt habe, du pass auf, mach das nochmal richtig und dann kam aber, glaube ich, nichts mehr. Also so sind wir, glaube ich, und da sind auch alle mitgegangen, dass dann da halt nichts mehr kam, weil er gesagt hat, ey, ich habe hier meinen Blogbeitrag gemacht und wenn du damit jetzt nicht zufrieden bist, ist mir das egal, so auf die Art und Weise. Und dann habe ich es öffentlich gemacht, dann bin ich in die Story gegangen und dann habe ich gesagt, du pass auf, es tut mir jetzt echt gerade leid, dass ich euch das so mitteilen muss, aber Max ist nicht mehr im Team Raubfisch-Reaktor. Und diese Storys habe ich auch alle noch im Archiv, also die könnte man einfach auch nochmal recappen. Da habe ich auch wirklich, ich glaube, habe ich auch wirklich gesagt, es tut mir wirklich weh, dass Max nicht mehr im Team Raubfisch-Reaktor ist, aber Max funktioniert intern gerade nicht und deswegen muss ich euch das jetzt einfach so mitteilen, dass ihr da auch Bescheid wisst, ich möchte nicht Max da jetzt irgendwie, ausschließen aus irgendwas, sondern Max hat hier seine Aufgaben einfach nicht intern erfüllt und deswegen muss Max jetzt das Team jetzt erstmal und es war auch ein Erstmal, das habe ich auch ganz klar betont, verlassen. Und dann, und das ist ja das so, wie es mir öffentlich im Raum vorgeworfen wird, war ich krank. Und ich war, also ich war dann zwei Tage nicht da, sprich drei Tage, drei Tage war ich nicht da. Montag oder Dienstag war die Situation, wo ich Max öffentlich aus dem Team geschmissen habe und Freitag quasi dieser, der gleichen Woche bin ich mit meinen Eltern nach Spanien in den Urlaub geflogen. Montag, Dienstag ist was passiert und die nächsten Tage bis Freitag bin ich quasi nicht zum Online-Shop gegangen und habe dann auch dementsprechend nicht die Pakete gepackt, aus dem folgenden Grund, weil ich einfach mir keinen Bock hatte, Thomas sein Gerede anzuhören, warum ich Max rausgeschmissen hätte. Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich mich zu dem Zeitpunkt, wollte ich mich einfach verdrücken, wollte ich die Diskussion vor meinem Urlaub einfach vermeiden und bin dann halt nicht in den Online-Shop reingegangen. Das ist ja das, was sie mir jetzt im Nachhinein vorwerfen, dass ich halt einfach krank war und mich nicht gemeldet habe und sie mich nur deswegen rausgeschmissen haben. Und als ich dann aus meinem Urlaub, sprich aus dem Spanien-Ulaub mit meinen Eltern, der auch alles abgesprochen war und jetzt kommt leider der Nachteil für mich, Thomas hätte das alles gar nicht machen können. Also Thomas könnte bis heute, glaube ich, nicht den Online-Shop so weiterführen, wenn ich ihm nicht jeden Step dafür noch vorher beigebracht habe vor meinem Urlaub. Weil wir haben uns noch hingesetzt und haben gesagt, Thomas, so pflegst du die Sachen ein, so schickst du die Pakete raus und das war ja also jetzt nur, weil er mir oder weil mir nachgesagt wird, ich hätte das mit dem Urlaub und so, diese fehlende Zeit, diese quasi ja dann zweieinhalb Wochen, wäre ich unentschuldig gewesen. Also das ist total gelogen, weil Thomas, ich habe damals Thomas nur aus dem Grund, weil ich in den Urlaub fahre, die ganzen Sachen beigebracht. Also ja, bin dann aber... Hast du denn eine Krankschreibung vor dem Urlaub? Hast du die eingereicht? Diese drei Tage definitiv nicht, das weiß ich. Okay. Also das war von mir auch, ich war ja nicht krank, ich hatte nur keinen Bock, mich in der Konversation zu auseinandersetzen, dass Thomas auf mich zukommt und sagt, ey, warum schmeißt du hier meinen Sohn raus? Aber wussten die anderen, dass du dann danach im Urlaub bist? War das angesagt? War das angekündigt? Wer sind die anderen? Na, die aus deinem Team. Ja, ja, das war ja... Und Max und Thomas. Na klar, das muss ja angekündigt gewesen sein, weil du ja Thomas instruiert hast, wie er in deiner Abwesenheit den Onlineshop betreibt. Genau, das war so alles... Aber du sagst im Prinzip, du bist jetzt mal im Beamten-Deutsch gesprochen, drei Tage unentschuldig der Arbeit ferngeblieben. Genau. Das ist... Natürlich. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, aber wenn man sich das Arbeitsverhältnis zwischen mir und Thomas anguckt, muss man ja ganz klar sagen, dass das kein Arbeitsverhältnis war, sondern eher nur auf diesem Blatt Papier. Ja, aber es war eine geringfügige Beschäftigung. Wir leben leider in einem Rechtsstaat, Paul, und es klingt jetzt sehr erwachsen und blöd von mir, aber... Es ist vollkommen richtig. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt einfach den Vertrag als Mitarbeiter 650 Euro unterschrieben und dementsprechend halt auch alle Konsequenzen und auch Pflichten. Und Pflicht ist halt, sich nach einem Tag zu entschuldigen mit einem Krankenzettel. Also alles gut. Aus dem Aspekt. Deswegen. Wir waren lediglich auf dem Blatt Papier, Mitarbeiter und Chef. Aber andersrum war es eigentlich so, was ich... Ich habe Thomas gesagt, was jetzt zu tun ist und was wir jetzt zu lassen haben. Du weißt, Recht haben, Recht kriegen. Das ist es jetzt, genau. Das ist halt einfach diese Situation, dass wir damals gesagt haben, ey, du, pass auf, wir machen jetzt nicht 51, 49 gleich von Anfang an, weil sonst guckt ihr das Arbeiten an und sagt, ja, können wir ja machen. Das war ja auch eher die Rechte oder die Urheberrechte am Raufwischreaktor. Also das meinte ich deswegen vorhin, wir müssen ja unterscheiden zwischen Arbeitsverhältnis und Anteile an der Marke. Ja, nee, Markenrecht. Also da muss ich ja gleich nochmal vorweg etwas sagen. Arbeitsrecht oder Firmenbesitz und Marken sind ja nochmal zwei verschiedene Puken. Naja, genau. Aber dann ganz kurz, weil wir, ich glaube, es wurde noch nicht gesagt. Das heißt, was ist denn dann passiert? Also wurdest du dann quasi gekündigt aufgrund dieser... Weil das haben wir noch nicht einmal gesagt. Genau, genau, das war... Genau, bis jetzt... Da will ich da hin. Genau, genau. Wir wollten da hin jetzt gerade, jetzt sind wir abgeschweift. Im Endeffekt war es so, dass ich aus diesem Urlaub wieder zurückgekommen bin und meinen Laptop aufgemacht habe. Ich habe damals sehr viel vom Laptop ausgearbeitet und ich habe, glaube ich, bewusst auch gesagt, ey, pass auf, ich nehme den Laptop nicht mit in den Urlaub. Ich habe Urlaub und habe mir auch schon so gesagt. Und zu dem Zeitpunkt zum Glück bin ich dann aus dem Urlaub zurückgekommen, habe den Laptop aufgehauen, wollte mich mit allem einloggen und habe gesehen, kein Zugang, kein Zugang, kein Zugang, kein Zugang. Habe meinen YouTube-Kanal aufgemacht, kein Zugang. Von allem kein Zugang mehr. Also hier im Hintergrund, ihr könnt ihn jetzt nicht sehen, das ist jetzt mein bester Freund. Den habe ich, ich glaube, ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht mal mehr einen geraden Satz sprechen und habe gesagt, du musst jetzt hierher kommen. Ich glaube, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß, dass ich jetzt, ich habe vor drei, vier Tagen mit Devin, einer meiner Teamangler, geschrieben, der war zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Online-Shop, den muss ich auch angerufen haben, oder der hat mir jetzt auch erzählt, ey, du pass auf, als der Online-Shop, du hast mich angerufen und gesagt, total aufgewürdig, komme hier nicht mehr nirgendwo rein und ich soll gesagt haben, ich will Thomas zusammenschlagen dafür und ich will ob wir da jetzt nicht zusammen hinfallen. So aus der Promisse habe ich da mit Devin angeschrieben. Devin kam dann halt auch zu mir, das ist eine Erzählung, die er mir jetzt im Nachtrag nochmal erzählt hat und hat mich dann einfach nur beruhigt und hat mit mir versucht, dann nochmal in die Zugänge zu kommen und Devin wirklich auch ein sehr, sehr guter, sehr guter Junge. Ja, hat mir, hat mir aber nicht geklappt und ich weiß nicht, er war sich da auch nicht mehr sicher, ob wir dann im Ruhigen nochmal zu Thomas gefahren sind. Und ich weiß, und das weiß ich auch nochmal aus Nacherzählungen oder aus meinen eigenen Erfahrungen, also aus meinen eigenen Erinnerungen, dass ich mit Thorsten, Thorsten Tock, damals noch meine Sachen abholen war. Sprich, nicht alles. Oder, also irgendwie gab es da nochmal ein Gespräch zwischen mir, Thomas und auch Thorsten. Was genau gesagt worden ist oder wie, kann ich mich nur noch an Bruchstücken erinnern und ich möchte jetzt auch, wie gesagt, ich möchte da jetzt niemandem schlecht oder im Nachtrag nochmal nachtreten, aber ich kann mich daran erinnern, dass zu dem Zeitpunkt das Gespräch von Thomas seiner Seite aus nicht respektvoll und auch überhaupt nicht, die Art und Weise, wie wir vorher miteinander kommuniziert haben, war nicht mehr da. Und man hat richtig gemerkt, du hast meinen Sohn jetzt hier in die Pfanne gehauen quasi, der ist jetzt nicht mehr bei deiner Firma und jetzt zeige ich dir mal, wem die Firma hier gehört. Und so war auch die Art und Weise des Gesprächs. Und dann kam noch meine Emotionalität dazu und auch die ganze Wut, die ich ja dahinter hatte, dass er mir jetzt auf einmal diesen ganzen Zugang da versperrt und dementsprechend war halt auch, glaube ich, dieses Gespräch zwischen, mein letztes Gespräch mit Thomas und mir, also... Seitdem war Funkstille? Seitdem ist Funkstille. Okay, und ein bisschen jetzt, um, ich will es nicht abkürzen nennen, aber um noch ein bisschen Struktur reinzubringen, also das heißt, dein... Größter Halt im Leben, dein Lebenswerk, war aus deiner Sicht dann natürlich kaputt. Wie würdest du das aus heutiger Sicht betrachten? Also, ich erlaube mir jetzt nicht, das zu sagen, aber würdest du sagen, durch Naivität von deiner Seite aus, du hast vorhin gesagt, du warst so dumm, in dem Moment, das hat nichts mit dumm zu tun, das hat mit Unerfahrung zu tun. Also, was würdest du vielleicht aus heutiger Sicht anders machen? Ja, gleich von Anfang an andere Verträge aufsetzen natürlich, ähm, oder ganz anders nochmal gesagt, ich glaube, wenn ich heute nochmal die Chance geboten bekommen würde, ähm, sage Summe X, hier, bau dir das nochmal alles auf, ne Mann, wirklich, danke, danke für das Angebot, aber ne Mann, ich glaube, ich bin in diesen zwei Jahren auch in den Depressionsphasen, die ich auch mit mir ganz neu hatte, ganz neu gewachsen, und, ähm, ich gucke Max an und gucke mir dieses Interview zum Beispiel auch an und denke mir so, Mensch, guck dich den zehn Jahren in den Spiegel an und sag, dass du auf dich selber stolz bist und dass du das alles selber erreicht hast. Und wenn ich ihm das so vorwerfen würde, kann ich mir das ja selber auch nur vorwerfen, wenn ich mich zehn Jahre in den Spiegel angucke und sage, ja klar, hab ich das alles erreicht, aber wer hat mir den Startschuss gegeben? So, äh, ohne das Geld von Thomas damals wäre ich ein Witz, so, und, ähm, ja, also ich möchte, da muss ich auch sagen, also, er hat mir, das war damals auch Familie, das war jetzt nicht nur so, du bist jetzt mein Geschäftspartner und hier hast du meine Summe X, sondern das war damals meine Familie, die ich auch zu dem Zeitpunkt, ich hab meine eigene Familie, mit denen bin ich auch immer gut, aber das war nochmal so anders, die haben an meinen Traum geglaubt, meine, meine Eltern zu dem Zeitpunkt, bin aus Therapie gekommen, meine Augen sind abgebrochen, ja, so mit einem, mit einem wackernden Auge, ich sag, hey, mach was ordentliches, so, und die haben mich aber bei mir unterstützt und gesagt, hey, pass auf, wir unterstützen dich hier bei dem Traum, es war wirklich Familie, so. Das klingt doch so, als ob ihr eigentlich sehr, nicht miteinander wart und auch ein persönliches Verhältnis habt, also als ob es wirklich alles sehr gut und alles in Ordnung war. Ich bin da Abendrote essen gegangen, alles, also, ähm, Okay, ähm, einfach, vielleicht bin ich heute sozusagen in der Rolle, die doofen Fragen zu stellen, weil, 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 mir fehlen noch ein paar, ich hab so ein paar, äh, Anschlusslücken. Das erste ist, wir haben jetzt darüber geredet, es gibt diese Mehrheitsverhältnisse an der Firma, ähm, die gehören 49, ne, 51 Prozent. Hätten. Äh, hätten. Wie, äh, okay, das verstehe ich nämlich nicht, wieso hätten? Na, denn... Das war wörtlich. Ne, ne, ja, es war bis jetzt dann nur, wir haben uns darauf geeinigt gehabt, ähm, dass am 25.06. das ist der Online-Shop-Release-Tag gewesen, wo der Online-Shop online geht. Achso, aber eigentlich gehörte der Online-Shop sozusagen gar nicht dir. Noch zu keinem Teilpunkt. Okay, alles klar. Gut, das war nämlich, also, ich hoffe, euch, ihr seid alle ein bisschen weiter, aber ich hab's noch nicht ganz geschneit. So, und jetzt kommt aber noch dieses Markending dazu, ähm, weil darüber haben wir noch nicht geredet und wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde, aber wir müssen das schon äh, echt sauber machen diesmal und deswegen würde ich das zumindest kurz auch nochmal ansprechen. Was ist denn mit dieser Marke passiert, beziehungsweise wieso ist denn das überhaupt erst mal zu einer Marke geworden, weil vorher war es ja sozusagen nichts Geschütztes. Genau. Ähm, das war einfach nur der, die Sache, dass ich gesagt hab, du pass auf, Thomas, äh, wenn wir jetzt hier Online-Shop machen und Co., möchte ich auch, dass das alles geschützt ist und, äh, dass mir nicht jetzt hier irgendjemand und zu dem Zeitpunkt hab ich doch schon einige Neider gehabt, ähm, die dann jetzt einfach nur, weil sie's wissen, raufgeschreckt, da melde ich mal jetzt als Marke an und dann bist du weg vom Fenster, hab ich ihnen gesagt, du pass auf, auf den ganzen Scheiß hab ich keinen Bock, ähm, und hab selber mich da informiert, äh, Markenrecht, kostet 300 Euro, eine Marke anzumelden, äh, wenn man's patentieren will, 3000 Euro, also da hab ich wirklich auch Ahnung und hab mich dann damals auch ran gesetzt, ähm, und wenn ich zum Beispiel auch damals gesagt hab, für mich würde ne Ausbildung nie in Frage kommen, da war's, ich hab mich, egal was, Online-Shop, wie baut man was auf, ich hab nächtelang gelesen, wie macht man das? Na klar, weil dich das interessiert hat. Genau, das hat mich interessiert, so, ähm, so, und, ähm, jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, wie ist das entstanden mit der Marke, dass, ja, einfach für mich gesagt hab, pass auf, ich möchte das für mich selber einfach schützen und ich möchte dir damit auch was erreichen und ich möchte halt auch Produkte entwerfen und die sollen dann einfach rechtlich geschützt sein, also ich wollte halt einfach wirklich ne Marke haben, ähm, die Chance war geboten, das Geld war da, also, ähm, warum nicht, so, und, ähm, Raubfischreaktor war zuerst die Marke und währenddessen ich dann nächtelang diese Marke auch angemeldet habe, kam mir die Marke Rare in den Kopf und Rare ist halt die ersten, die sind und, äh, damals hab ich gesagt, ey, pass auf, wir melden die Marke erstmal nur an, ob wir was damit machen und erstmal egal, das Rare, das ist nur noch ne Co-Marke, das wie, Balzer und die Untermarken davon quasi, ähm, so hab ich mir das vorgestellt, ähm, Raubfischreaktor ist die Mainmarke und alles, was da runterkommt, dann baue ich mir dann nach wie nach auf, so war der Gedanke dahinter und unter Rare hatte ich dann zum Beispiel erstmal nur die Merchklamotten, also, Merchklamotten würde ich auch nicht mehr sagen, denn die, äh, haben wir hergestellt in einer Firma, die von Tommy Hilfiger die Produkte herstellt, also, das war damals wirklich auch richtig gute Qualität, auch wirklich Summe X bezahlt dafür. Aber wer hat das bezahlt, wer steht da drin? Thomas. Das heißt, überall steht Thomas drin, nicht du. Überall, nein, nein, nein. Okay, aber das heißt, die Marke hast auch du nicht angemeldet, also, du. Ich hab sie angemeldet. Aber du stehst nicht drin? Genau, nein, 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 ich steh überhaupt nirgend, also, nein, bei Raubfischreaktor steh ich noch mit drin, würde ich, also, das ist so meine Erinnerung. Da konnte man, äh, Stellvertreter einschreiben und... Aber nur zu, du zu einem... Nee, gar nicht, gar nicht, zu gar keinen Prozetten. Also, das war ja die Navität und diese Dummheit, die, wo ich, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, ein paar handvoll Leute gesagt habe, ey, pass mal auf, was du hier gerade machst, bist du bescheuert, äh, und ich die einfach weggetreten habe und gesagt, ey, du versuchst mir hier nicht meinen Traum und war einfach blind darauf zu und hab gesagt, ey, Mann, der Mann erfüllt mir meinen Traum jetzt hier, Raubfischreaktor ist meine Marke. Ja, klar, ist das meine Marke, ich bin das Gesicht von Raubfischreaktor, jeder assoziiert mich mit Raubfischreaktor, aber auf dem Blatt Papier. Hast du keine Rechte. Und das war genau im Endeffekt das, warum ich ja die Marke auch angemeldet habe, dass mir nicht irgendjemand XY die Marke danach wieder wegnehmen kann, weil ihr seht, oh, das läuft jetzt aber gerade richtig gut. So, ähm, ja, im Endeffekt hab ich trotzdem genau den Fehler gemacht, den ich eigentlich vermeiden wollte. Okay, das heißt, äh, jetzt mal rumgesponnen, äh, wenn du nochmal alles auf eine Karte setzt und eben dich wieder eintragen lassen wollen würdest, als Inhaber von Raubfischreaktor, das würde nicht gehen, weil du da gar nicht drin stehst und nie drin standest. Genau. Okay, ähm, es gibt eine Info und das war sozusagen, dass es wohl das Angebot gab von Thomas, dass du hättest Raubfischreaktor übernehmen können, komplett inklusive der Merchandise-Artikel zum Einkaufspreis. Äh, das ist sozusagen die Info, äh, die ich preisgeben darf, was sie gesagt haben. Ähm, und du wolltest das anscheinend nicht. Also, ne, so, das ist, das ist die Aussage, ähm, was ist da passiert? Der Dreck ist der größte Lüge der Welt. Ich dürfte das Angebot, und es ist so, wie es besteht, prozentual hätten sie mich daran beteiligt, auch nur an die Sachen, die mir gehören, sprich, die Police und den Lockstoff. An den Routen und an all den Gummifischen und an all den anderen hätte ich nicht prozentual mitverdienen können und, äh, um, wenn man mal jetzt gleich von Prozenten redet, fünf Prozent. Äh, nicht. Das, so war der Deal und, äh, deswegen hab ich auch damals überemotional auch gehandelt, egal ob in Storys und auch gegenüber Thomas. Und ich bin sehr, wie du vorhin auch schon meintest, ich bin ein Junge von der Gosse und ich hab mir das auch alles selber erzogen. Ich hab mich selber erzogen. Ähm, meine Eltern hätten mich erziehen können, ich wollte das damals nicht, ich hab meinen eigenen Weg gewählt. Und dementsprechend ist wahrscheinlich auch die Art und Weise, wie ich mit Menschen, Menschen oder mit Menschen umgehe, die mir bewusst schaden. Ähm. Ähm, da kann ich dann nicht einfach nur sitzen und sagen, hey komm, wir setzen uns nochmal hin und quatschen hier nochmal. Ja, na klar, du bist halt sofort, du bist sofort an. So, und, ähm, das hat auch einfach mit meiner nicht vorhandenen Lebenserfahrung zu tun gehabt, dass ich damals halt auch so reagiert und agiert hab. Ähm, heute würde ich glaube ich nochmal anders reagieren. Ich glaube, da wäre ich rechtlich einfach schlauer. Ähm, denn, ich hab mich ein bisschen informiert und hab mich auch informieren lassen von Leuten, äh, die sagen, hey, du pass auf, jeder assoziiert dich mit Paul, äh, Paul, äh, mit Raufenschraktor und, ähm, in England, Amerika oder so. Ist es nicht so, aber in Deutschland, wer zuerst mal kommt, äh, wer zuerst kommt, mal zuerst, ähm, und dadurch, dass ich ja nachweislich seit über 5, 6 Jahren Raufenschraktor bin und das auch schon vorher, bevor, über irgendwas anderes war, äh, könnte ich rein rechtlich mir die Marke wiederholen. Ähm, das wäre ein riesengroßer Anwaltskampf, weil die Seite von Thomas, jetzt krieg ich dieses Angebot durch dich erfahren. Also, das ist, Moment, 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 das ist kein Angebot, das er jetzt macht, sondern er hat halt gesagt, es ist, genau, das wäre möglich gewesen. Also pass auf, dann kann ich, dann kann ich, genau, ich kann dann gleich, da argumentiere ich einfach gegen. Okay. Warum heißt dann heute, wenn man mir denn nichts im Nachhinein Schlechtes wollte und auch die ganze Geschichte, die ich ja jetzt euch hier auch und öffentlich einfach erzählt habe, wie und warum Raubfischraktor für mich nicht nur ein Name ist, wenn man das alles weiß, warum führt man denn heute den Online-Shop immer noch mit dem Namen Raubfischraktor? Nur den Online-Shop? Den kann man ja Angel X, Y und Erkner nennen. Ähm, klar, die Marken Raubfischraktor ist ja rechtlich und auch noch seine. Ähm, aber warum bewirbt man die weiter? Ähm, und warum setzt man sich, ähm, und ich glaube, dass, ich will da nicht verurteilen, aber ich kann mir sehr schwer vorstellen, dass Max das unbedingt, also dieses Interview klar aus seinem eigenen Interesse mitgemacht hat, aber, ähm, das ist nicht Max. Max setzt sich nicht vor die Kamera und, äh, hat da, das ist er, das ist er nicht. Ja gut, das ist aber Spekulation, also das, ähm, da müssen wir tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, weil das weiß einfach keiner von uns, ähm, das heißt aber, dieses Angebot hat es dann nie gegeben, oder, also das ist mir dann nicht klar. Also wenn es dieses Angebot gegeben hätte, hätte ich mit allem, egal wie damals, hätte ich mir einen Kredit geholt, egal wie, dann hätte ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt mir noch irgendjemand anders als Investor geholt, der gesagt hat, ey, du pass auf, und zu dem Zeitpunkt gab es viele, viele Leute, die mir gesagt haben, ey, ich hab ja zu dem Zeitpunkt viele Heustorys gemacht und versucht den Leuten irgendwie zu erklären, was da los war, hab denen aber nie erklärt, was los war, und ganz viele Leute kamen auf mich zu, ey, pass auf hier, Summe X, lass den Thomas doch einfach ausbezahlen, äh, und dann ist das, und, also wäre er dieses Angebot irgendwann existent gewesen, würden wir heute nicht hier sitzen. Okay, und auch nochmal zum Verständnis, ähm, den Lockstoff, den es da gibt, Atom und Proton, Neutron und Proton, Entschuldigung, Neutron und Proton, ähm, das hast auch du alles ausgedacht, du hast es erfunden, und es war auch, glaube ich, deine Mischung, ne? Ja, also, damit wir komplett im Bilde sind, deswegen frage ich nochmal kurz nach. Da war ja auch noch was, ähm, denn Max hatte das ja so assoziiert, die Marke, wie die Marke zustande kam, durch den Namen, dass Proton und Neutron vorher da waren, eben nicht, ähm, ich hab damals, äh, ja, mit verschiedensten Firmen zusammengearbeitet und hab halt auch, äh, verschiedenste Ideen gehabt von eigenen Produkten, und damals derjenige, dem ich so doll, äh, ja, vom Kopf getreten bin, als er gesagt hat, ey, du pass auf, mit draufgeschreckt, ja, sei da vorsichtig, auch gerade mit Markeneinmeldung, der hat mir damals das Rezept gegeben. Also, er ist für mich einer der größten Angelchoriferien, die es gibt, er ist nie irgendwie großartig in die Öffentlichkeit getreten, aber ist einer der und größten, dann Deutschlands, deutschlands bester Angler, ähm, für mich, das ist meine Meinung, ähm, und der hat mir damals dieses Rezept gegeben, so, und der hat, seine Expertise, da würde ich niemals, egal wie, auch wenn ich jetzt einmal noch aktiv dabei wäre, würde ich niemals da rankommen, wo er, er hat mir das einfach so gegeben, weil er gesagt hat, ey, du pass auf, ich hab dich wirklich lieb, Mann, du bist wie mein kleiner Bruder, mach das, ich bin stolz auf dich, dass du jetzt deinen Weg gehst. Und auch er kennt die ganze Geschichte dahinter, und er hat mich damals in dem Weg immer nur beschützen wollen, und aber auch unterstützen wollen, und, ähm, ja, er hat mir damals das, äh, neue Proton war eigentlich das eigentliche Rezept, und dann dachte ich mir, pass auf, einem, einen Lockstoff, das kann es nicht sein, so marketingtechnisch, machen wir noch einen zweiten, und den nennen wir dann einfach Protoneutron, ähm. Wie ein Atom, klar. Genau, das hat einfach gepasst, und, äh, so hat, das hat sich ja auch einfach ergeben, Raubfischreaktor, wear, wear, ne, klar, das hat sich einfach gepuzzelt, also, wie damals auf diesem Blatt Papier, Stück für Stück hat sich das gepuzzelt. Ja, was, was uns noch so ein bisschen interessiert, ähm, nachdem, was du uns jetzt geschildert hast, hast du es nochmal versucht, nämlich deine Leidenschaft weiterhin, äh, sag ich einfach mal, am Leben zu halten. Es gab Daily Talk, das gaben regelmäßige Videos von dir, wo du, glaube ich, manchmal nur einen Tag Zeit hattest, und das dann abends rausgehauen hast. Nein, das ist genau die Zeit danach, ich hab's mir extra nochmal angeguckt, das ist genau die Zeit, nachdem das mit Raubfischreaktor zu Ende geht, machst du, äh, 18, beziehungsweise 19 Episoden tagtäglich, und dann ist aber ein großer Cut, und dann kommt nichts mehr. Dann ist Stille. Du warst Vertriebler für Fanatic? Genau, also nach meinem Verlust, sag ich mal, von Raubfischreaktor, gab's so drei, vier Wochen, wo ich wirklich Kopf in den Sand, und, ähm, dann hatte ich aber auch einen sehr, sehr engen und sehr guten Kontakt mit der Geschäftsführung von Fanatic. Ähm, ja, die sind hier neu auf den Markt gekommen quasi, auf den deutschen Markt, und, äh, die Lücke und den Braten hab ich gleich gerochen und bin relativ gut mit denen gleich am Anfang gewesen und auch wirklich mitmenschlich, also nicht nur firmenmäßig, sondern auch menschlich, und, ähm, als die Geschäftsführung damals das halt auch alles mitbekommen hat, hat sie gesagt, ey, pass auf, du bist ein guter Junge, äh, wir stellen dich jetzt hier bei uns ein, und, äh, da muss ich einfach sagen, die Chance hab ich bitterlich verkackt. Also hab ich einfach, weil ich war's nicht selber, also ich bin kein Vertriebler, ähm, ich war Raubfischreaktor, und das war irgendwie, ich hab versucht mit allen Not und Drohungen irgendwie versucht weiterzumachen, mich nicht von irgendjemandem unterzubringen zu lassen, weil ich diesen Traum, weil ich dieses Versprechen hatte, ähm, und mich da nicht einfach unterbringen lassen, weil ich schon so weit gekommen bin, und auch in meiner ganzen Therapiezeit, die Drogen, äh, bis ich clean wurde, das war ein richtig langer Kampf, so, und ich dachte mir, Mann, den Weg, den du bis jetzt gegangen bist, da kannst du jetzt nicht einfach sagen, ey, hör auf einfach. Klar, aber, um das zu verstehen, das Vertriebler-Ding war überhaupt nicht deine Sache. Das war nicht meins, und das hab ich einfach selbst verkackt, also, ähm. Was man ja heute sieht, aber das Video-Ding, das ist halt nach wie vor, äh, was deine Passion ist, weil du machst ja regelmäßig, unregelmäßig Rap-Videos, du bietest Video an, du bist, glaub ich, jetzt selbstständiger Video-Producer, und, äh, da hast du wirklich aber dann doch deinen Weg gefunden. Notgedrungen, aber ja, sehr, sehr sogar, ähm, ja, ich hatte dann halt einfach, in der Zeit, wo ich dann halt überlegt hab, wie und was mach ich jetzt, mach ich weiter, hab da immer wieder nach Erkner gefrontelt, und hab da auch immer nachgetreten, und immer noch wieder Feuer ins, äh, Holz ins Feuer geschmissen, und, ähm, ja, hab dann aber irgendwann für mich selber erkannt, ey, du kommst hier nicht weiter, da kommst du dann bitte nicht weiter, alle Leute sagen, ey, hör auf rum zu heilen, und so, und, äh, ich hatte mein Schnittprogramm, ich hatte meine Kamera, und, äh, ich hatte hier ein paar Kumpels, äh, hab hier meine Freunde, und einer davon rappt halt, und, äh, ich hab mir dann damals gesagt, ey, bin auf dem zugegangen, hab gesagt, pass auf, wir machen jetzt hier einfach mal, weil ich wieder was zu tun haben möchte, einfach mal ein Rap-Video, du rappst hier einfach mal ein Part und ich drehe ein Video dazu, und so ist das eigentlich damals entstanden, und, ähm, ja, heute muss ich sagen, macht mir das noch mehr Spaß als Angeln, das hört sich jetzt im ersten Moment wahrscheinlich ganz, was ist denn mit dem geworden, ähm, aber aus der Sicht, dass ich mich so kreativ entfalten kann, ähm, dass es keine Grenzen gibt, es gibt keine Grenzen, und beim Angeln gibt es eine Grenze, irgendwo ist der Schluss, dass man Videos cuttet, oder wie man sie bearbeitet, und, ähm, das war ja damals beides meine, also meine, meine Leidenschaft, das war ja nicht nur das Angeln, und... Du, äh, neben dem Angeln eben auch dieses YouTube-Ding, und dieses Clippige, und dieses Video, du hast ja alles selbst geschnitten. Man muss, da muss ich auch dir gleich mal ins Wort fallen, tut mir leid, äh, ich hatte anderthalb Jahre einen Kameramann, und auch einen Cutter. Okay. Also, und, äh, der hat mir, ähm, der unter anderem auch das Logo damals erworfen hat, so wie du das ja auch jetzt kennst, oder wie auch alle anderen das kennen, ähm, der hat damals dieses Logo entworfen, wir saßen zusammen bei mir in der Wohnung, und ich hab ihm gesagt, du, pass auf, hier, so, so, und so kannst du das aussehen, und, äh, hat dann einfach irgendwie eine halbe Stunde später gesagt, ey, Paul, kannst du mal rüber? Hier. Dann formulier es anders, Paul, man sieht, dass ja sehr viel Liebe drinsteckt, und Hingabe und Leidenschaft. Weil wir jetzt schon bei einer Stunde 15 fast sind, und es ist ja, also, wir haben auch gesagt, wir nehmen uns die Zeit, und wir wollen das Thema ja auch sozusagen wirklich komplett mal aufrollen, aber, ähm, zwei halbwegs abschließende Fragen, weil du jetzt auch gesagt hast, da sind einfach ganz viele Dinge passiert, äh, die dir leid tun, die du getan hast, aber, ähm, warum gab's nicht nochmal, und das gilt ja dann für beide Seiten, den Versuch, miteinander zu sprechen. Also, du hast ihn nicht gewagt, aber die andere Seite ja dann wahrscheinlich auch nicht. Ich hab ihn gewagt, also, das weiß ich halt auch, und, ähm, zum Beispiel auch, äh, als ich Vertriebler bei Fanatic war, gab's den Zeitpunkt, dass auch viele Leute mit mir gesprochen haben und gesagt haben, ey, was auf, nimm mal die Emotionen da raus, nimm mal alles jetzt raus, dass sie dir das erstmal angetan haben, aber du möchtest es doch wieder zurückhaben. Geh jetzt darauf hin, geh auf sie zu, und so kam eigentlich nur dieses Angebot mit diesen 5% zustande. Also, ähm, sonst hätten sie mir, also von sich selber aus kam da nie irgendwas von wegen, ey, wir machen jetzt ein Angebot mit 5% Beteiligung, sondern nur, weil ich halt immer wieder stunk und leider sehr emotional und wirklich blöd reagiert hab, ähm, gab's dieses Angebot von 5%, aber nur deswegen. Okay, okay, und was Erik genau richtig sagte, als letztes, vielleicht klappt das ja, wenn's nicht klappt, dann klappt das eben nicht, aber, wie könnte das Ganze abgeschlossen werden? Also, vielleicht auch einfach mal gefragt, was müsste denn passieren, dass du deinen Frieden findest? Das hier, das ist hier passiert gerade in dem Moment, wirklich. Vielen Dank, ich konnte mir meine, einfach meine Probleme und halt das, was ich für mich hatte, was mich einfach jetzt in zwei Jahren wirklich beschäftigt hat, einfach von der Seele rein. Paul, das ehrt uns sehr. Die Frage zielt aber auch noch dahin, ähm, weißt du, wir können ja jetzt nicht in Erkner anrufen und sagen, hey, passt mal auf, äh, redet mal miteinander, das Ding muss irgendwie aus der Welt, verstehst du? Genau, ist auch nicht unsere Aufgabe. Nee, nee, also ich hab mir dazu auch nochmal Gedanken gemacht, oder das war so die erste Frage, die ich mir eigentlich nach eurer Anfrage gestellt hatte, was sollst du erreichen damit? Genau. Ich wollte nicht erreichen, dass ich mich hier irgendwie, ich möchte nicht erreichen, dass ich hier irgendwie Mitleid erzeuge oder so, sondern dass du einfach auch vielleicht aus meinen Fehlern lernen kannst, dass ich, oder dass man als junger Mensch vielleicht dann doch nochmal nachhaken sollte oder vielleicht doch auf Freunde hören sollte. Ähm, ja, ich möchte hier nichts mit diesem Video oder mit dem, mit dem Bericht jetzt hier oder mit meiner Klarstellung irgendwie nochmal einen Nachtrag erreichen, ähm, auch egal wie groß und sehr dieser Wunsch dahingehend wäre, dass ich Raubstreckte komplett wieder besitze und auch alles in meinem Namen wäre, glaube ich, kann das nicht passieren. Also nicht, dass ich es nicht würde wollen, aber sonst wäre das ja schon passiert. Das ist das, was ich für mich denke. Sonst wäre es dann in diesen zwei Jahren jetzt schon passiert, egal wie, man hätte sich einigen können, der Online-Shop muss nicht Raubstreckte heißen, egal was, man hätte sich einigen können, aber dieses meinerseits, also wie ich mich fühle, wie sie sich verhalten, dieses provokante Verhalten, dass man den Online-Shop weiterhin Raubstreckte benennt, dass weiterhin alle Blogbeiträge, die meine Thema geschrieben haben, mit meinen Bildern, Produktfotos, Produktbeschreibungen weiterhin so genutzt werden, ist provozierend. Und aus dem denke ich halt einfach nicht, dass da nochmal irgendwie was entstehen kann. Ich kann nur so sagen, ich würde mich freuen, wenn das irgendwie dahingehend vielleicht auch wirklich da den Sehnenfrieden hat, dass ich wirklich sage, hey, putz auf, Raubstreckte gehört wieder mir und was ich damit mache, scheiß drauf, aber mir, das ist meins und das kennt nichts davon, so und das ist das, was ich, das ist das, was ich haben möchte. Ich möchte Raubstreckte, mein Name, meins, ich bin's. Ich möchte das wieder haben. Ich bin nicht die Firma, mir ging es nie um Abonnenten, mir ging es nie um Geld. Fuck off, fuck off. Für diesen Namen haben wir ja nicht, weil das ist meins und ich bin nicht Daily Talk, ich bin hier nicht und deswegen konnte ich es nicht weiterführen. Ich bin Raubstreckte, Mann. Okay, Paul. Okay, ich würde sagen, wir lassen das erstmal so stehen an der Stelle. Die Botschaft ist angekommen. Danke, dass du den Mut zusammengenommen hast. Ja, also ihr merkt, das ist einfach ein hochemotionales Thema. Auch hier muss man sagen, das ist jetzt sozusagen Pauls Seite. Wir wissen um die Emotionen der anderen Seite nicht. Wir wollen auch nicht irgendwen provozieren. Wir wollten dich nicht provozieren. Wir wollten Max nicht provozieren. Das war nie unsere Intention. Wir haben trotzdem gesagt, wir wollen auf jeden Fall deine Seite zu Wort kommen lassen. Wir werden es wahrscheinlich nicht erreichen, dass sich dieses Thema in irgendeiner Form auflöst. Das ist nicht unsere Aufgabe. Für uns ist es aber sozusagen wichtig, unserer Arbeit nachzukommen und zu sagen, wir haben das getan, was möglich ist von unserer Seite. Mein letztes Wort dazu, weil du das schön gesagt hattest, Paul, was wollen wir damit bezwecken, was bringt uns das? Für mich ist die Frage beantwortet nach diesem sehr beeindruckenden Gespräch. So möchte ich es mal sagen, mir ist jetzt klar, warum diese emotionale Reaktion. Das ist mir jetzt, Erik, bestimmt auch bewusst geworden. Und hab lieben Dank, dass du uns das so erzählt hast und versucht hast, dich einigermaßen im Griff zu behalten. Und wie gesagt, vielen Dank, dass du uns das so offen und ehrlich erzählt hast. Und ich würde einfach sagen, Erik, wir beenden jetzt dieses Kapitel, schlagen das Buch zu und verabschieden uns. Ja, vielen lieben Dank. Ich möchte vielleicht auch nochmal kurz ein paar abschließende Worte dazu sagen. Also für mich war das halt auch, wie man ja auch Geld gekriegt hat, eine sehr emotionale Sache. Muss aber auch jetzt sagen, ich fühle mich echt freier dadurch. Ich fühle mich besser. Danke dir, danke euch für die Chance. Ja, und wie es weitergeht, für mich auch. Ich habe ja auch meine Community schon mit einbezogen und gefragt, ob ich weiterhin YouTube-Videos machen soll. Da war die Antwort eigentlich klar. Aber das, wie ich es eigentlich schon abschließend gesagt habe, wenn ich nicht Raubfaktor bin, fehlt mir irgendwie die Kraft dafür. Aber ich danke euch, dass ich einfach hier auch einfach so ehrlich sprechen konnte. Mir fällt es natürlich auch nicht unbedingt so leicht, einfach mal so eine Vergangenheit und sich selbst einfach öffentlich so darzustellen. Mit ziemlich vielen Einsatzpunkten natürlich auch und ziemlich vielen Fehlern. Aber ich denke, kein Mensch ist fehlerfrei und jeder kann sich auch an sich arbeiten. Und ich bin stolz auf mich, was ich in der Zeit jetzt auch auf mich gemacht habe. Ich bin nach dem Verlust von Raubfgeschrägte nicht nochmal rückfällig geworden. Also ich bin nicht nochmal in die chemischen Drogen gerutscht. Das ist das, was mich eigentlich aus all dem Ganzen stark gemacht hat. Was ich sage, ey, das ist das, was ich... Ich bin ein positiver Mensch, ich ziehe immer aus allem Positiven. Und wenn ich aus dem Verlust von Raubfgeschrägte was ziehen kann, dann ist es, dass ich eigentlich nur stärker geworden bin. Da möchte ich jetzt nichts mehr zu sagen. Vielen lieben Dank, Paul. Alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank für die Chance, für das Gespräch. Ciao. Angebissen, der Angel-Podcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön. Wir finden es hechtig gewaltig. Das war's. bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.